Hallo Leute und herzlich willkommen zu Leechs Mansion, wahrscheinlich für die Tabelle und Ton. Also von der Facecam so ein bisschen verzerrt, äh verzerrt, also ein bisschen Delay. Das ist aber egal, ja, wir spielen jetzt weiter und vorhin wurde gerade, ich wollte hier jetzt den Knopf einlösen, den wir gefunden haben, aber er wurde uns gestohlen von einer Katze. Von der Katze. Oh warte, ich weiß was. Genau, wir können doch so spucken. Wie random kam das? Aber ich meine, ist okay. Nein, ich will nicht, ich will diesen Dings. Sammle doch den einfach ein, so, ja. Geh doch. Oh, oh, das hat's hier gebracht, ne? Hier ist die, ach, oh, schöne. Hier. Die Katze ist, wohin? Hier rein. Okay, interesting. Fangen wir einfach kurz, smashen die ein bisschen auf die und dann auf die. Oh, das ist hier ein, nö, das ist der für eine. So, ich muss mich konzentrieren, Leute. Alter, da ist ein scheiß Golfschläger. Oh, nice, so funktioniert das also. Da habe ich das auch mal rausgefunden. So, die smash, würde ich sagen. Perfekt. Okay, jetzt, ich will aber weitergucken, wo ist die Katze hin? Hier rein. Okay, jetzt ist es hier da draußen. Digga, ich bin nicht blind. Wow, wow, wow. Oh, die steht, ey, was ist das denn für eine Katze? Komm runter, mit Skatze. Ja, kannst du jetzt mal runterkommen? Okay, Leute. Kurzes Update am Rande. Die Softbox ist irgendwie kaputt, keine Ahnung. Also, es funktioniert halt nicht und deswegen habt ihr jetzt ja wieder keine Facecam. Ich werde gucken, dass ich möglichst bald Softboxen habe. Oder die wieder zum Laufen kriege, aber dann, naja. Ich gehe mein Bestes, Leute. Aber ich, also jetzt gerade geht es halt nicht anders. Naja, deswegen beginnen wir jetzt einfach so weiter. Ich hoffe, das ist kein großes Problem. So, also jetzt komm her. Mein Gott, du scheiß Katze, ey. Jetzt lebt dieses Ding immer noch. Ich habe es doch getötet. Oh mein Gott. Ach man, keine... Äh, verworben wir sie halt, ne? Äh, also das Kätzchen ist jetzt runtergegangen. Eine Etage. Das heißt, wir müssen auch noch eine Etage runter. Was ist denn jetzt schon wieder los? Oh Gott. What the fuck? Was geht auf dieser Ebene hier ab? Warte, ich habe ne... Oh Gott. Okay, nee. Wie wir den beseitigen. Okay. Digga, ich bin ab diesem... Scheiß Mülleimer gestorben. Was hätte ich denn machen sollen? Ja, Digga, es juckt mich nicht. Ich weiß, ob das des Riesels Lösung ist. Wollte mich eigentlich verarschen. Ach man, Digga. Und was, Peter, ist hier jetzt noch alles? Nein, Gott, ey. Oh Gott, ey. Hä, was ist denn hier los in dieser Welt? Das ist ja nicht normal, ey. Das ist mir eine Plasche schon mal runter. Okay, Leute. Wieso ist das doppelt? Naja, egal. Ich verstehe es nicht. Das war es mit dieser Folge Luigi's Mansion. Ich habe jetzt noch irgendwie gefühlt eine halbe Stunde gesucht, aber ich habe nichts gefunden. Naja, doof. Aber ich gucke, dass ich das nächstes Mal herausfinde. Weil sonst ist es ein bisschen lame. Ich muss halt heute auch noch anderes aufnehmen. Ja, da habe ich jetzt nicht groß die Zeit dafür. Das war es mit dieser Folge Luigi's Mansion 2. Äh, 3. Entschuldigung. Bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao. 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 Ciao.